Hallo ich bin Steffi Falk vom Berliner Stück Näh- und Kreativstudio in Berlin. In meinen Nähkursen kommen sehr viele Näheinsteiger und Anfänger, die sich einen ganz schnellen Erfolg wünschen. Deshalb möchte ich dir heute gemeinsam mit Makerist ein schnelles Portemonnaie zeigen. Das kannst du als Näheinsteiger sehr einfach nähen in verschiedenen Kombinationen und hast einen sehr sehr schnellen Erfolg. Du kannst dafür verschiedene Stoffe benutzen, wie zum Beispiel Jeans oder andere einfache Baumwollstoffe. Gerne kannst du das auch mal mit einem Wachstuch kombinieren oder sogar mit einem schicken Kunstleder. Du kannst dieses Portemonnaie auch in verschiedenen Größen herstellen, zum Beispiel in ganz klein für Kinder oder auch für dich oder zum Schenken. Und du kannst daraus auch eine etwas breitere Version machen, die dann wie eine kleine Klatsch ausschaut. Du brauchst dafür noch eine Nähmaschine, auf der du wenigstens schon mal genäht haben solltest und ein Bügeleisen. Und jetzt zeige ich dir, wie du dieses Portemonnaie nähen kannst. Los geht's!